Das ist meine ganze Welt. Meine Krankenschwester, meine Mom, meine Krankheit. Ich bin 18 und ich war noch nie draußen. Ich hab auch nie darüber nachgedacht. Dann kam Oli. Ich sehe, du beobachtest ihn durchs Fenster. Mit ihm zu reden fühlt sich an, als wäre ich draußen. Wer ist hier? Wer ist hier? Wo würdest du hingehen, wenn du könntest? Alles mehr. Ich hab's noch nie gesehen. Liebe Mom, ich weiß, in diesem Haus zu bleiben soll mich beschützen. Aber ich will raus, die Welt erleben. Meli, was tust du? Geh wieder rein, bitte. Das ist alles wirklich kacke. Und das finde ich nur raus, wenn ich draußen bin. Ist das immer so? So ist es mir. Meli, was hast du? Ich mach dir dein Leben kaputt. Dein Leben ist besser mit dir. Ich bin bereit, alles zu riskieren, nur um einen perfekten Tag zu erleben. Ich bin bereit, alles zu sehen.